Hallo liebe Freunde, ich bin's, euer Erklärbär. Es ist schon eine Zeit lang her, als ich meine ersten Sporen als Pilot verdient habe. Durfte ich an verschiedenen Sicherheitslehrgängen teilnehmen, in Tammheim, aber auch hier in Salzburg bei der Spinsenmoor. Da denkt wohl gleich jeder, Kunstflug, das wär's. Allerdings hatte ich hier in Salzburg als loyaler Flugringpilot kein geeignetes Flugzeug, um das hinterher auch üben zu können. Also habe ich das Thema Kunstflug weggeschoben und stattdessen ein eigenes Flugzeug aufgebaut. Schnell habe ich erfahren, dass so ein eigenes Flugzeug oft mehr Bauchschmerzen bereitet, als wenn man im Club fliegen würde. Also habe ich mein Flugzeug wieder verkauft und mich voll der Vereinsfliegerei gewidmet. Nun hat es sich ergeben, dass der Flugring Salzburg mit der Sweet Lady sich ein Flugzeug ins Nesterl geholt hat, mit dem man auch Kunstflug betreiben kann. Nachdem ich jetzt ein gutes Jahr damit beschäftigt war, das Landen mit einem Spornradler wieder zu erlernen, sind mir jetzt schon einige ganz gute Landungen gelungen. Nun ist es Zeit, wieder einmal den Schritt in eine neue Richtung zu tun. Mit der American Champion sind genau diese Dinge möglich, die ich einst angestrebt hatte. Gentleman's Akrobatik. Rollen, Loops und Turns, elegant, geschmeidig, für Mensch und Maschine noch stressfrei. Gerissene Rollen und negative Figuren sind des Erklärbärensache nicht. rock, you милли legging, die range, um sich machen, mit Wochen nach Michael in für grocery Brandon in der Stadt Nummer, bis dahin DE bipolar vorbeige, in der Musik nachdelirit mitad, mitине Vers 2 und Absalbärensache nicht. Und hier, also mit Lehrer Daveping, wenn wir das weil Jesus zusammenfangen auch hakkst, das ist also wie受 format, wie du sie das Beispiel nicht gut tun haben, so wie wirSie crime mit dabei. Musik Ich möchte euch immer wieder einmal ein bisschen einladen, teilzunehmen an meiner Leidenschaft für die Kunstfliegerei. Und wer weiß, vielleicht kann ich euch ja auch damit begeistern.